Hi, ich bin Tom Shimon und ich spiele Riff hier in der West Side Story am Startseater Kassel. Ich habe hier tatsächlich schon 2010 Into the Woods gespielt und vor zwei Jahren Kiss Me Kate. Also mein drittes Engagement jetzt. Ja, ich habe West Side Story schon gespielt, schon zweimal. Einmal in Tecklenburg und einmal in Leipzig. Vor zwei, drei Jahren war Premiere, jetzt ist Wiederaufnahme. Und da habe ich auch schon mit Rupert und mit Andi gespielt, also unser Bernardo und unser A-Rap hier. Worauf freue ich mich am meisten bei der Produktion? Ich glaube, das ist tatsächlich das Orchester. Ich finde diese Musik so kraftvoll und so groß, dass mit dem, ich weiß nicht wie viel, 40 Mann Orchester wir haben, kriegt das nochmal so richtig Bums und dann macht das richtig Spaß, glaube ich. Besondere Herausforderung ist für mich, glaube ich, der Dialekt, also die Sprache. Ich habe noch nie auf Englisch gespielt, gesungen schon, aber gespielt nicht. Aber mit Proben klappt das schon. Bei den Jets in West Side Story ist ja jeder Name der Rolle schon rollentypisch. So wie Baby John, der Jüngste ist, ist Riff halt der, wie soll man sagen, Fels in der Brandung. Da, wo sich alle anhalten können, wenn irgendwas ist. Also das bezeichnet, würde ich mal sagen, grundsätzlich die Rolle. Ich habe eine persönliche, umgekehrte Verbindung zu dem Stück, weil ich jedes Mal, wenn ich im Theater bin, jetzt vor kurzem hier im Tanztheater, ich sehe die Kollegen, alle Tänzer und alle sind unterschiedlich. Es gibt nur verschiedene Typen. Alle kommen von woanders her, sehen anders aus, können andere Sachen, aber schaffen gemeinsam etwas, was toll ist und was ich mir gerne angucke und was viele gerne sehen. Und dass das in West Side Story halt gerade das Thema ist, was umgekehrt behandelt wird. Zwei Gruppen, die gegeneinander kämpfen, wo es eigentlich nichts zu kämpfen gibt. Macht euch zusammen und macht was Besseres. Und es ist ganz spannend, dann genau das Gegenteil zu spielen von dem, wie ich mich selber fühle. Das Publikum darf sich freuen auf fantastische Musik, auf ein harmonisches Ensemble und auf, glaube ich, kraftvolle und energiegeladene Szenen mit viel Tanz und Streit. So, wie sie jetzt sind? ich, stuh, das ist ganz spannend, wir Pfle zu spätseln. So, wie sie als rothe. So, wie sie sich in der Zeit, wie sie die Möge denn? dass sie sich in der Zeit machen, wenn es zu spätseln.